1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 5678 111 Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 5678 111 1Live Ja ihr Lieben, schön dass ihr da seid, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, jetzt ist das Fernsehen auch da, ich sag's nochmal, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine offene Telefon-Talkshow-Nacht hier, das heißt ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Egal über welches Thema, ihr könnt mich kostenfrei hier jetzt live in Köln erreichen unter 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte vergesst nicht eure Telefonnummer draufzuschreiben. Erster Anruferin heute Nacht ist die Annette und die Annette ist 17 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen Annette. Was ist dein Thema, weswegen hast du angerufen? Ja, also ich hab ein kleines Problem. Ich hab so eine Art Schneckenfetisch, aber man kann dabei nicht um, also über einen Fetisch reden, weil ich es selber eklig finde. Ich wiederhole mal kurz, Schneckenfetisch, ne, hast du gesagt. Ja. Das hab ich richtig verstanden. Ja. Das heißt, du stehst auf, entschuldige, wenn ich jetzt erstmal im Moment mal lache. Das ist aber jetzt nicht böse gemeint. Ja. Du stehst auf Schnecken. Ja. Auf diese kleinen, glibberigen Dinger, die so auf den... Ja, also man muss sagen, auf Nacktschnecken. Auf Nacktschnecken. Das sind die, die sind so bräunlich, ne? Ja, genau. Du wirst es nicht glauben, gerade bevor ich hier in den Sender gefahren bin, habe ich meinen Müll runtergetragen zu Hause. Und was kroch vor unserer, unserer großen, vor unserem großen Müllcontainer auf dem Boden? Eine Nacktschnecke. In der Tat. Und ich hätte beinahe noch draufgetreten. Ich hab's natürlich nicht getan. Ja. Du stehst auf Nacktschnecken. Was heißt denn das konkret? Ja, das bedeutet, dass ich es halt irgendwie toll finde, lieber meinen Körper laufen zu lassen. Das findest du überhaupt nicht ekelhaft? Nein, das... Alle Leute... Das ist es halt, aber im Moment, wenn ich dir das jetzt so erzähle, finde ich es natürlich sehr eklig. Aber es ist halt so, dass es einfach so ein paar... Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken kann. Einfach ein paar Momente gibt, da finde ich das toll. Und dann muss ich das auch unbedingt machen. Wie geht das denn? Läufst du dann irgendwo rum und suchst gezielt auf der Straße oder, weiß ich, in Waldwegen oder wo man Nacktschnecken findet? Suchst du sie da? Ja, es ist halt so, ich wohne auf dem Land und wir haben einen ziemlich großen Garten. Und somit ist es kein Problem. Da gibt es die fast das ganze Jahr über, ne? Ja. Es sei denn, es ist sehr trocken und sehr heiß, dann nicht. Jetzt sammelst du... Wie sammelst du die denn? Ja, das ist eigentlich nicht das Problem, also... Nee, ich will es mir nur mal vorstellen. Mit einem Behältnis gehe ich dann nach draußen und... Und wie viel sammelst du dann auf einen Schlag? Ja, also immer so sechs Stück, so... Und dann gehst du mit deinem Behältnis, mit den sechs Nacktschnecken, nach Hause in dein Zimmer und was passiert dann? Ja, dann ziehe ich mich halt aus und lasse über meinen Körper laufen. Auf dem Bauch? Ja, zum Beispiel. Auf der Brust? Ja. Woanders auch noch? Ja, also halt über meinen gesamten Körper, gerade in welcher Stimmung ich halt bin. Auch über das Gesicht? Ja, zum Teil. Beschreib doch mal, was genau in dem Moment in dir vorgeht, wenn diese Nacktschnecke über deinen nackten Körper... Ja, kriecht, krabbelt, kriecht er eigentlich? Ja, das ist halt ein trickelndes Gefühl und ist halt in dem Moment auch ziemlich schön für mich. Hat das auch einen sexuellen Aspekt für dich in dem Moment? Ja, auf jeden Fall. Erregt dich das sehr? Ja. Erregt dich das dann so sehr, dass du danach dann dich auch selbst befriedigst? Ja, das kommt auch vor. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich habe halt auch ziemlich Probleme damit, mich irgendwelchen Leuten zu öffnen. Also du bist jetzt der Erste, der das erfährt und ich habe einfach Angst davor, irgendwie das Leuten anzuvertrauen. Und das ist auch so, ich habe mich auch schon im Internet irgendwie umgehört, aber so ein Schneckenfetisch ist noch nicht aufgetreten, wobei man ja nicht darüber sprechen kann, weil ich das ja als selbst eklig finde. Also jetzt in dem Moment, wo ich es erzähle, finde ich es eklig, vielleicht im nächsten Moment nicht mehr. Also jetzt in der Distanz, wenn du so theoretisch drüber sprichst, findest du es ekelhaft, aber wenn es dann soweit ist und du wieder kurz davor bist, dann... Und wenn du es dann machst, findest du es ganz toll, kann man sogar sagen. Ja, ja. Du bist ja erst 17 Jahre alt. Wie bist du überhaupt drauf gekommen und wie alt warst du da? Also das ist noch nicht so lange her, das mache ich jetzt so seit einem halben, dreiviertel Jahr. Aber auf die Idee muss man ja auch erst mal kommen, ne? Wie kam dir das? Ja, also das war ganz einfach so, dass es irgendwie mal lustig war, sich so eine Schnecke aufs Bein zu setzen oder so im Sommer und dann ist da eben immer mehr draus geworden, dass ich halt das Gefühl irgendwie lustig fand und dann halt immer toller mit diesem Küber auch und so. Also man kann sagen, dass es eigentlich durch Zufall entstanden ist, ne? Ja, also es war nicht gezielt. Wie ist denn das denn danach, wenn du das dann beendest? Gehst du dann baden oder duschen? Ja, also schon danach, wenn ich dann wieder merke, was ich wieder gemacht habe und ich schäme mich ja auch dann dafür danach. Also finde ich das super widerlich und könnte mich selber schlagen dafür, dass ich sowas mache. Also das ist für mich wirklich furchtbar. Weil die Schnetten hinterlassen ja auf deiner Haut vermutlich auch so einen Schleim und so einen Klibber, ne? Genau, und das ist wirklich für mich danach immer der größte Schock, wenn ich sehe, was ich wieder gemacht habe mit mir. Ja, ich bin dann immer total durch den Wind danach. Wie oft passiert das? Also das kann man jetzt nicht so genau sagen. Also es ist auch so, wenn ich mich einsam fühle oder so, mache ich das öfter und ja, und das passiert dann so drei-, dreimal die Woche. Ach, schon doch so oft. Ja, das steigert sich auch seit neuestem immer mehr rein und das ist nicht, was ich machen soll. Du hast, äh, du hast keine Beziehung im Moment, keinen Freund? Nein. Hattest du schon mal eine längere, etwas längere Beziehung? Nein. Noch gar nicht? Überhaupt noch nicht. Und ich habe auch keinerlei sexuelle Erfahrungen. Und von daher ist es für mich auch immer ein ganz neues Gefühl. Warst du schon mal in einen Jungen verliebt? Ja, doch. Aber nichts, was tiefer gegangen wäre oder so. Du hast das auch noch keiner guten Freundin oder deiner besten Freundin, so du eine hast, erzählt? Nee, also ich habe nicht so viele Freunde. Aber ich merke schon, wie du das erzählst. Und du erzählst es ja auch sehr differenziert, dass dir das eigentlich ein Problem ist, dass du das machst. Also auf jeden Fall, weil es auch schon mal ein kleiner Bruder rein spaziert. Der hat das gesehen auch? Und ich habe gerade noch meine Decke drüber gezogen und es war wirklich haarscharf. Und ich möchte auf keinen Fall, dass jemand es mitkriegt. Hast du denn schon mal versucht, einfach zu sagen, nein, ich höre damit jetzt auf und mache das. Ich mache es ganz einfach nicht mehr. Ja, aber das ist halt wirklich ein großer Schritt, weil es einfach zu häufig geworden ist. Also Annette, Annette, nicht Annette. Ja. Annette. Erstmal will ich dir sagen, dass das nichts Schlimmes ist, was du da machst. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber dafür muss man sich nicht schämen. Und ganz viele Leute machen im Geheimen auch ganz absonderliche Dinge, die ihnen Spaß machen. Ich kann aber schon nachvollziehen, dass es für dich schon auch ein bisschen peinlich ist, das zu erzählen. Es könnte ja sein, dass das auch daher rührt, dass du im Moment oder vielleicht noch gar keinen Freund gehabt hast. Und so Sexualität, wie man sie halt mit einem Partner erlebt, noch gar nicht so hast genießen können. Und jetzt suchst du dir das eben für dich alleine. Und du kombinierst das ja auch mit einer sexuellen Eigenerfahrung, wogegen ja auch gar nichts zu sagen ist. Ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen. Vielleicht liegt da ja auch noch irgendein anderes Problem im Hintergrund. Und dass du mit meiner Psychologin, das ist die Annette, das ist eine Frau, gleich nochmal ein paar Worte redest. Ich finde so von meinem Eindruck her und von meiner Meinung her, dass das nicht gravierend schlimm ist. Schöner wäre es natürlich, wenn du dich mal ein bisschen umgucken würdest, vielleicht nach einem jungen Mann, dass du dich verliebst, dass es zu einer Beziehung kommt. Das ist halt sehr schwer. Das ist sehr schwer, ja. Wenn man dann den Deckel gefunden hat. Ja, genau. Aber du bist erst 17 Jahre. Manchmal dauert das verdammt lange, bis man mal jemanden gefunden hat, wo das einigermaßen gut ist. Man muss nur aufpassen, in deinem Fall, dass das nicht zu sehr eine Überhand nimmt und dass du nur noch fixiert bist auf diesen Fetisch. In Grenzen gesehen finde ich das okay und du machst deine eigenen sexuellen Erfahrungen damit. Und das ist doch gut. Ja. Aber jetzt unterhältst du dich noch ein bisschen mit der Psychologin. Vielleicht hat die ja noch eine ganz andere Idee oder noch einen anderen Blickwinkel für die Sache. Okay? Ja, ich wollte mich nochmal bedanken, ich finde es ganz toll, wie du deine Vernehmung machst. Ich danke dir sehr herzlich und entschuldige mich bei dir, dass ich am Anfang ein bisschen gelacht habe, als du das gesagt hast. Ja, das ist kein Problem. Aber kannst du verstehen, wenn man das zum allerersten Mal hört, dann... Ja, das ist schon sehr komisch. Aber ich habe es nicht böse gemeint. Ja. Gute Annette, leg bitte mal auf und die andere Annette, meine Annette hier, die ruft dich gleich an. Okay? Okay, vielen Dank. Alles Gute. Wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, vielleicht über Nacktschnecken oder über andere Dinge, dann könnt ihr mich anrufen, kostenfrei unter 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auf Faxen unter 0800 5678 110. Als nächstes begrüße ich ganz herzlich den Michael und Michael ist, wie alt ist er, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Michael. Ja, hi Domian. Dein Thema. Ja, mein Thema ist mehr oder weniger, sag ich mal, Prostitution. Inwiefern? Warum ist es dein Thema? Und zwar, ich bin Jurastudent und habe eine Freundin, die, sag ich mal, sehr weit über 50 ist, die mich auch finanziert. Heißt Freundin, dass du mit der Frau auch zusammen bist? Das ist eine Partnerschaft? Das eigentlich weniger. Es ist mehr eine sexuelle Beziehung. Das heißt, du steigst mit ihr ab und zu in die Kiste? Genau. Dafür finanziert sie dich und dein Studio. Kann man so krass sagen? Das kann man so sagen, ja. Besteht denn darüber hinaus auch eine, ich sag jetzt mal, irgendwie eine freundschaftliche oder gut bekanntschaftliche Beziehung oder ist es ein reiner kommerzieller Kontakt, den ihr pflegt? Ja, anfangs war das ja recht freundschaftlich. Wir haben uns kennengelernt, recht gut verstanden, sag ich mal. Und wie habt ihr euch denn kennengelernt? In der Kneipe. Ganz einfach. Das war eine sehr nette Dame, mit ihr konnte ich mich sehr gut unterhalten, war meine Probleme und hier und da. Und dann ist sie mit der Zeit auch ein bisschen mehr geworden. Du sagst, die ist weit über 50. Wie alt ist sie denn? Ja, so 54. 54. Ja. Und dann wurde allmählich mehr daraus? Genau. Aber das passiert ja nun auch dann nicht so ganz automatisch, vor allen Dingen meistens nicht bei dem Altersunterschied. Von wem ging denn da der Schritt aus, dass es mehr wurde und vielleicht auch erotisch wurde? Eigentlich von beiden. Doch, von dir auch? Auch, zum Teil, ja. Warst du denn in die Frau am Anfang vielleicht sogar verliebt ein bisschen? Ja, verliebt ja nicht, aber ich sag mal, mit einer älteren Frau ist das ja auch so ein Kick, ne? Und die ist ja auch viel erfahrener als man selbst und da draus, wie gesagt, sie hat mir dann auch angeboten, so zu sagen, wenn ich war, ja, du studierst gerade, ich habe die Kohle, sie hat ja auch eine Erbschaft übernommen von dem Ehemann, die ist ja Witwer, wie gesagt. Und ja, seitdem hat man sich auch an das Leben gewöhnt. Wie lange läuft denn das jetzt schon? Schon seit gut zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Wie kam denn dann so dieser Deal zustande, dass sie gesagt hat, okay, du kriegst so und so viel Kohle und dafür möchte ich auch so und so viel Bett und Streichel einhalten haben? Ja, so direkt hat sie es ja nicht gesagt. Hat sich so ergeben? Es hat sich so ergeben, genau. Nach dem ersten Mal mit ihr war das ja so, dass sie gesagt hat, ja gut, du, sag ich mal so in Anführungsstrichen, aber Student, ich habe ja das Geld und dann hat sie mir halt teure Geschenke gemacht. Die finanziert mir meine Wohnung im Moment. Und kriegst du auch Bargeld? Auch, ja. Das heißt, so über den Daumen, im Monat wie viel Geld inklusive Miete kriegst du von der Frau? Das kommt schon so an die Gute, 2000 Mark im Monat. 2000 Mark, ja. Wie viel Mal musst du, ich sage es jetzt mal ganz, ganz despektierlich, wie viel Mal musst du dafür im Monat ran? Ja, das ist immer unterschiedlich. Die meldet sich meistens über Handy bei mir, das bezahlt sie übrigens auch und ja, wir haben ja einen Treffpunkt, meistens bei, ja, bei mir kann ich jetzt schlecht sagen, ist ja ihre Wohnung. Genau, ihre Wohnung, genau. Ja, dann kommt sie halt vorbei. Also kann das einmal in der Woche sein, zweimal in der Woche? Oder auch öfter. Oder auch öfter. Was fühlst du dabei? Ist dir das im Grunde eigentlich unangenehm und lästig? Ja, anfangs ja nicht, aber mittlerweile schon, weil man denkt ja auch recht sozial, sage ich mal. Und im Grunde genommen nutzt man ja die Frau ja auch aus. Ja. Du kannst es natürlich auch von der Seite aus sehen, ja. Genau. Vielleicht nutzt die Frau dich ja auch aus. Ich frage da einfach... Gut, aber nicht finanziell. Nee, nee, natürlich nicht. Nein, nein, finanziell natürlich nicht, aber emotional. Genau. Meine Frage war nach dem Gefühl. Was empfindest du, wenn du mit dieser Frau heute schläfst? Also da, um ehrlich zu sein, schaltet man da vollkommen an. Aber es funktioniert noch. Es funktioniert noch, ja. Du denkst an irgendetwas anderes? Genau. Und ziehst die Nummer durch? Also im Prinzip, du hast es gerade ja auch gesagt, Prostitution gehen wie ein Callboy, ne? Ja. Das könnte man eventuell so sagen. Muss man so sagen, mhm. Mann, Michael, wie fühlst du dich denn dabei? Nicht eigentlich nicht rigoros beschissen? Im Moment schon, ja. Mhm. Deshalb. Würde ich mich... Und ich hatte ja auch bis jetzt noch niemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Und zwar die einzige Person, mit der ich darüber gereden habe, war meine beste Freundin. Und die ist ja, wie gesagt, sehr streng katholisch gezogen worden. Du hast es mir noch nicht hier gesagt. Du hast es meinen Kollegen vorher gesagt. Nicht, dass jetzt Verwirrungen aufkommen. Ja, klar. Du hast eine gute Freundin. Eine sehr gute Freundin. Mit der aber sexuell nichts läuft? Nein, nein. Nee. Und die ist streng katholisch erzogen worden? Ist die in deinem Alter? Die ist einer jünger. Ja. Und was für eine Meinung vertritt die? Also eigentlich sehr abwertend. Die hat mir auch schon mittlerweile gedroht, mir die Freundschaft zu kündigen. Und das würde ich ja jetzt in dem Sinne ja wirklich vermeiden wollen. Aber... Sonst weiß es niemand. Nee. Deine Eltern, wie wundern die sich nicht, woher du das Geld hast, wie du so leben kannst, wie du die Wohnung finanzierst? Ja gut, da brauche ich ja nicht so mit. Na gut, das kriegen die ja schon irgendwie mit, ne? Die werden dich ja nicht auch noch finanzieren. Oder kriegst du von denen auch noch Kohle? Ja, wenig schon, aber nicht sehr viel. Wie viel kriegst du denn von deinen Eltern noch? Sagen wir mal so, nicht sehr viel. Aber ich will jetzt nicht drüber äußern, wie viel ich von deinen Eltern kriege. Also du scheinst mir so eine richtige Made im Speck zu sagen, Michael. Du gehst quasi auf den Strich, um es mal ganz krass auszudrücken. Aber sehr krass. Sehr krass, ja gut. Aber irgendwie ist es ja so. Dann sagst du auch noch Geld von deinen Eltern ein. Gehst du, machst du, machst du, außer studieren auch noch irgendetwas anderes? Jobst du vielleicht irgendwie? Nö, ne? Eigentlich nicht. Sagen wir mal ganz klar, nicht eigentlich nicht? Nein, du jobbst nicht, ne? Du machst es dir sehr bequem in der ganzen Situation, in der du lebst. Ja, eben. Na toll. Ja, wie gesagt, das ist ja, deshalb rufe ich ja auch an, das ist ja auch nicht gerade positiv. Nein, ich finde es überhaupt nicht positiv. Und ich finde, das wirft überhaupt kein gutes Licht auf dich. Und ich glaube auch, Michael, dass das für dein Selbstverständnis auf die Dauer ganz üble Folgen haben wird, was du da gerade machst mit der Frau. Ja, natürlich. Du hast ja selbst Zweifel an dir und irgendwann wirst du nicht mehr gerade in den Spiegel schauen können, sondern du wirst dich selbst vor dir schämen und wirst denken, was bin ich doch für eine kleine, miese Wurst. Ja, jetzt von der Frau aus gesehen ja schon. Nur wie gesagt, wenn man sich erst mal an das Leben gewöhnt hat, sag ich mal, da ist ja nicht nur die Wohnung drin, da ist ja auch nur ein Auto drin. Ach, das finanziert die auch noch? Ja, natürlich. Ach, wird ja immer doller. Das habe ich gerade ja gar nicht so ermessen. Was für ein Auto? Ich sage mal, das ist nur, ja, ein VW Golf. Ein VW Golf. Hat sie bezahlt und sie bezahlt auch die Unterhalt, Versicherung und Steuer und sowas alles. Genau. Weil das könnte ich mir jetzt, sag ich mal, als Student kann man sich das ja gar nicht leisten. Nee, wenn man das nicht... Meine Eltern wissen ja auch gar nichts von einem Auto. Wenn man sich das nicht leisten kann, dann hat man es eben auch nicht. So ist es nun mal. Und wenn man es unbedingt gerne haben möchte, muss man arbeiten gehen. Ja, aber man bietet ja eine gewisse Leistung dafür. Ja, aber du kommst ja, du fühlst dich ja nicht gut bei dem Geschäft. Das ist ja das Problem. Ja, im Moment ja nicht. Wie gesagt, anfangs war das so eine kleine Spielerei, wo man gesagt hat, ja gut, das Leben gefällt mir. Aber mittlerweile auch durch meine beste Freundin, die hat mir auch mit dem Gewissen geredet. Ja, ich glaube wirklich, dass du, du verkaufst deinen Körper und ich höre es ja, dass du das eben nicht so ganz cool alles auseinanderhalten kannst und damit jonglierst. Und du verkaufst deine Seele. Und du wirst besudelt und immer mehr beschmutzt, je mehr du das machst. Weißt du, was du machen musst jetzt? Du musst die absolute Notbremse ziehen. Und alles weg und aufkündigen, was mit der Frau zu tun hat. Und dich auf deinen Arsch setzen und selbst einen Job suchen und dein Geld verdienen. Das kann man wunderbar als Student. Kann man ja auch. Aber sag mir jetzt mal mal, was spricht denn dagegen, wenn man sich jetzt, sag ich mal, dadurch ein laues Leben verschaffen kann? Weil man sich schlecht fühlt und weil es einen Schaden in deiner Seele und deinem Selbstverständnis mit sich bringt. Und du bist hier selbst, deshalb rufst du ja wahrscheinlich auch hier an, weil du sehr im Zweifel bist. Ja, deshalb, auch wegen der besten Freundin, wie gesagt. Du hast, wie viel Selbstachtung hast du noch? Ich glaube nicht sehr viel. Du klingst mir nicht sehr selbstbewusst. Du klingst sehr angeschlagen. Ja, im Moment ja schon. Auf das, was du da machst, kann man nicht stolz sein. Bin ich auch nicht. Nee, eigentlich schämt man sich. Bin ich auch nicht, aber wenn man jetzt weisräumig betrachtet, sag ich mal, dann ist das ja, sag ich mal, der erste Schritt in die gute Zukunft. Meinst du? Ja, willst du in 20 Jahren deinen Kindern vielleicht mal erzählen, pass mal auf. Ich, äh, ich sag jetzt nochmal denen auch so, ich bin auf den Strich gegangen damals. Tolles Vorbild bist du da für deine Kinder. Ja, das ist ja nicht gerade. Na eben, aber du willst sicher auch mal Familie haben und Kinder. Nein, aber mir geht es jetzt eigentlich nur um den Beruf. Du kannst deinen Beruf auch ergreifen, ohne all diese Dinge zu machen, wie hunderttausend andere Menschen auch. Und auch irgendwann erfolgreich in dem Beruf sein, ohne dass du vorher die Beine breit gemacht hast. Oder wie man das bei einem Mann sagt, weiß ich nicht. Eher umgekehrt. Eher umgekehrt, ja. Ja, schon klar. Habe ich kein Verständnis für mich, ja. Finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube einfach, dass es, nicht nur, nicht aus moralischen Gründen, sondern allein für dich. Ich glaube, dass du... Nee, das ist sowieso aus moralischen Gründen, das ist ja ähnlich, das ist ja hier schon aus materiellen Gründen. Nein, ich werte das jetzt so für dich auch. Weil ich glaube, dass du für dich besser wegkommst, wenn du einen Strich unter die Sache machst, tabula rasa und ein neues, klares Leben anfängst und aufbaust. Ich glaube, dass du ein größeres Selbstbewusstsein bekommst und mehr Selbstachtung haben wirst. Außerdem, ich hätte auch nicht so ganz gerne mit jemandem zu tun, will ich dir ehrlich sagen, privat, der so drauf ist. Den würde ich nicht sehr hoch schätzen. Ich würde immer sehr doch auf den herunterschauen und denken, was bist du denn so ein kleiner Scheißer? Ja gut, das weiß ja natürlich keiner. Nee, natürlich nicht. Aber deine Freundin zum Beispiel weiß das auch. Ja, die würde doch auch nicht weitererzählen. Nein, es geht doch gar nicht darum, um weitererzählen. Also ich glaube, ich habe dir das sehr ausführlich jetzt gesagt, wie ich das finde. Ja, ja, klar. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe nur, dass du die Notbahn so ziehst. Ja, muss ich mal gucken. Nur ich weiß jetzt im Moment gar nicht, wenn ich jetzt, sag ich mal, der Frau sagen würde, ja, das ist jetzt aus, dann würde auch mein Geldhahn zugetreten werden. Ja, so ist das. Wie ich dann damit zurechtkommen würde, sag ich mal. Man hat sich ja auch... Komm, hör auf, hör auf zu jammern. Komm, hör auf zu jammern. Ich jammer ja nicht. Nein, aber das ist natürlich das Problem, was entsteht. Aber darin musst du dich halt dann als Kerl erweisen, dass du das, wie auch immer, gemanagt bekommst. Das brauchst du jetzt gar nicht aufzuzählen, welche Probleme durch das mangelnde Geld dann entstehen. Aber das ist es ja gerade. Das musst du auffangen. Und wenn du dann immer Lust hast, mit einer älteren Frau zusammen zu sein irgendwann, dann sei mit der zusammen. Aber als eigenständiger Mann. Ja, schon klar. Anfangs war das ja auch nur so. Habe ich verstanden. Ja, habe ich verstanden. Mit einer älteren. Wir beenden jetzt mal dieses Gespräch, Michael. Ja. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir beide vielleicht in fünf oder sechs Wochen noch mal miteinander reden könnten. Ja. Und dann möchte ich... Das würde ich dir einrichten. Ja. Wenn ich mal ruhig kommen würde. Ich meine, ich habe das schon oft versucht... Ja, vielleicht, wir können das auch so angesehen, dass wir dich dann anrufen. Und ich würde dann gerne erfahren, und sicher die Leute auch, die uns jetzt zugehört haben, wie du dich entschieden hast und wie es weitergegangen ist. Okay? Ja, das wäre super. Also. Ansonsten würde ich dir nur alles Gute für deine Sendung. Ja. Ich danke dir. Und der Annette, die vorher angerufen hat. Ja. Mit den Schnecken. Ja. Ich sage mal so. Die hat ja das Recht, ihr sexuelles Leben auszuleben. Soweit es jetzt, sage ich mal, nicht übergreift in ihr alltägliches Leben, soll sie es weitermachen. Okay, das ist deine Meinung nach zu Annette und der Nacktschnecke. Genau. Tschüss, Michael. Ja, alles klar, Domian. Wiederhören. Bis dann, ciao. Jetzt begrüße ich herzlich in tiefer Freitagnacht hier im WDR Fernsehen und bei uns live im Radio mit unserer Telefontalkshow, Domian, den Sascha. Und der Sascha ist 21. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Sascha. Ja. Warum hast du angerufen? Warum habe ich angerufen? Ich habe Anfang letzter Woche schon mit dir telefoniert. Sag mal ein paar Stichworte. Mit dem Namen allein kann ich noch keine Geschichte so verbinden. Rollstuhl, Gehirnblutung. Oh, ich weiß. Ich bin die Scheiße drauf. Ich glaube, dass wir am ersten Tag nach unserer Sommerpause miteinander geredet haben. Ganz genau. Du warst der, der in so einer ganz schlimmen Pechsträhne war. Richtig. Es war jemand, in deinen Armen dein bester Freund gestorben, ne? So was? Genau. Dann hat deine Verlobte dich verlassen. Du hast sie ertappt mit einem anderen Mann. Zwei. Mit zwei anderen Männern. Und das Allerschlimmste war, fand ich dann auch, dass du schwer erkrankt bist, einen Gehirnschlag bekommen hast, ne? Richtig. Und wir haben uns unterhalten vorige Woche in der Situation, dass du gesagt hast, du bist halbseitig genehmt. Richtig. Und du warst sehr, sehr verzweifelt. Richtig. Ja. Irgendwie verheb sehr sympathisch. Und ja, Tanja ist in der Nacht noch zu mir gekommen. Ist das wirklich wahr? Ja. Weil das große Problem bestand ja auch darin, dass du sagtest, du hast fast überhaupt keine Leute, keine Freunde und keine Bekannten. Richtig. Du liegst in einem, in einer Art Pflegeheim oder in einem betreuten Wohnheim, so kann man das sagen. Genau. Und außer dem Personal hast du keinen direkten Kontakt. Richtig. Jetzt lese ich ja gerade auf meinem Bildschirm, dass uns die Tanja zugeschaltet ist gerade. Wusstest du das? Das weiß ich, ja. Das weiß du. Hallo, Tanja. Hallo, Domian. Das ist ja ganz toll. Ihr beide seid dann direkt miteinander in Kontakt gekommen und du hast ihn noch besucht. Ja. Wie ist er denn so drauf? Erzähl mal. Der ist eigentlich klasse drauf. Nicht so, wie er am Telefon geklungen hat. Der ist eigentlich recht sympathisch. Doch ein lebenshoher Kerl. Ja, sympathisch hat er schon geklungen, aber er hat sehr, sehr traurig geklungen. Das war das Problem vorige Woche. Ja, das stimmt. Wie viele Kilometer wohnt ihr auseinander? 20, 30. Das geht dann ja noch. Ja. Und hast du ein Auto, Tanja? Nein. Nein, aber man kann das mit Bus oder Bahn oder Dich. Ja. Das ist kein Problem. Wie geht es dir denn im Moment, Sascha? Ja, eigentlich ziemlich gut. Also ich meine jetzt körperlich. Als wir miteinander gesprochen haben, war es ja so, dass du irgendeine Rückenmarksuntersuchung hast über dich ergehen lassen müssen und musstest auch noch ganz starr im Bett liegen. Richtig. In der Zwischenzeit, Gott sei Dank, hat sich das weitgehend erledigt. Das heißt, du kannst dich im Rollstuhl zumindest jeder im Zimmer bewegen? Ja. Wann warst du das letzte Mal bei ihm, Tanja? Freitagnacht. Freitag. Und planst du jetzt für dieses Wochenende ihn wieder zu besuchen? Eigentlich wollte ich, aber ich habe leider selber einen Grippaleninfekt und das ist dann ein bisschen schlecht. Ja, könntest du dir, ja natürlich, könntest du dir vorstellen, dass daraus aus diesem Kontakt jetzt eine Freundschaft entstehen könnte oder zumindest eine gute Bekanntschaft erst mal? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin ganz froh, dass das durch unsere Sendung zustande gekommen ist. Was hast du denn da so empfunden, als du Sascha gehört hast, Tanja? Ja, wie soll ich das beschreiben? Also Interesse an der Person, Mitleid oder? Ja, nein, Mitleid nicht. Seine Stimme war mir recht sympathisch und das, was er so mitgemacht hat. Also ich habe mich angerufen, weil er halt jetzt so dran war. Das war es nicht. Also ich finde es toll und freue mich, wie gesagt, sehr darüber und hoffe, dass ihr beide gut in Kontakt kommen werdet oder auch näher in Kontakt kommen werdet. Ja, wir telefonieren bis jetzt jeden Abend seitdem. So muss das auch sein. Ein paar Stunden sogar. Ehrlich. Tanja, von dir verabschiede ich mich schon mal. Ja, danke schön. Alles Gute dir und tschüss, Tanja. Danke. Tschüss. Sascha, das ist doch wirklich ein Lichtblick, ne? Ja, absolut. Gut, das ist auch, ich weiß nicht, die Tanja, die hat irgendwie einen Zauber an sich und ja, das ist irgendwie meinem Arzt auch gleich aufgefallen, wie der mich dann nach einer Zeit wieder gesehen hat. Ich bin da drin geguckt, habe den angestrahlt und alles und dann meinte er, sag mir, stehst du unter Drogen oder so? Und das sage ich mir eigentlich nicht. Ja, dann habe ich das dann halt so erzählt und dann hat er gemeint, Mensch Junge, mach was draus. Weißt du, Sascha, das ist so eine tolle Geschichte, die du da gerade jetzt erlebt hast und erlebst. Und die vielleicht vielen, vielen anderen, die uns jetzt zuschauen und die auch sehr krank sind und sehr verzweifelt sind, doch auch Mut machen könnte. Du warst ja auch so drauf vorige Woche, dass du schon gesagt hast, du hast keinen Lebensmut mehr und du hast auch über Selbsttötung nachgedacht. Ja. So schlimm war es ja. Und vielleicht kann man da so raus lernen, dass es immer wieder die Chance gibt zu einer Wendung, auch wenn es einem noch so beschissen geht. Also sag mir mal so, ich habe aus der ganzen Sache jetzt eins gelernt. Es gibt irgendwo auf der Welt immer einen Menschen, der zu einem steht. Auch wenn man irgendwie das Vertrauen in die Menschheit verloren hat, sage ich mal, muss man sich auf seinen Menschenverstand und auf seine innere Stimme verlassen. Und das habe ich in dem Moment. Ich habe lange überlegt, rufe ich sie an oder rufe ich sie nicht an. Und ja, wir haben dann, bevor sie dann kamen, schon ein paar Stunden telefoniert gehabt. Und ja, irgendwie so, auch wenn ich jetzt mal schlecht drauf bin, wenn wir dann telefoniert haben, es reicht mir nur, ihre Stimme zu hören. Und ich bin schon wieder total gut drauf. Das ist total, ja, ist Wahnsinn. Sag mal, Sascha, so unter uns Männern, gefällt sie dir auch? Das ist ein hübsches Mädel. Ja. Ja? Vor allem hat sie sehr, sehr viel Ausstrahlung. Ja, das habe ich gerade schon gemerkt. Also ich gucke nicht so unbedingt aufs Äußerliche von den Menschen, sondern eher aufs Herz. Ja. Und sie hat total viel Herz. Ja. Wunderbar und wunderschön, Sascha. Also ich und wir alle wünschen euch alles Gute und eine tolle Freundschaft, eine tolle Bekanntschaft erstmal, tolle Freundschaft. Und dann wird man sehen, was sich noch weiterentwickelt. Und dir gesundheitlich, sofern es irgend möglich ist, auch einen Vorrang kommen und ein Stabilisieren zumindest deines Zustandes. Alles Gute. Ich wollte mich nochmal bedanken bei dir und bei deinem kompletten Team, dass sie das möglich gemacht haben. Und wollte mich auch nochmal an alle diejenigen bedanken, die mir so liebe Briefe geschickt haben zum Teil und Karten. Und es wird zwar ein bisschen dauern, bis ich alle beantwortet habe, aber es wird jeder eine Antwort bekommen von mir. Toll. Alles Gute, Sascha, und auf Wiederhören. Okay, danke. Tschüss. Jetzt haben wir 1,31 und 50, 52 Sekunden. Und jetzt machen wir keine Pause. Und jetzt machen wir keine Pause. 1,32 und 50 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalk Show Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht, eine offene Telefontalk Show. Und das bedeutet, das sage ich euch, die ihr vielleicht zufällig heute Nacht zum allerersten Mal hier reingezappt seid oder das Programm eingeschaltet habt. Das bedeutet, dass man hier anrufen kann, live, mit jedem Thema, über das ihr euch gerne unterhalten wollt, mit mir hier. Und ihr müsst dann nur diese Telefonnummer wählen und dann klappt es vielleicht sogar. 0800 5678 111 oder ihr könnt auch Faxen unter 0800 5678 110. Jetzt freue ich mich auf Eva. Und Eva ist 23 Jahre alt. Schon guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo, Eva. Ich möchte erst mal sagen, ich bin jetzt sehr aufgeregt. Das ist völlig normal. Ja, es ist auch eine sehr ernste Geschichte, über die ich sprechen möchte. Also, es geht um meinen Bruder, der ist zwei Jahre jünger als ich, der ist jetzt 21. Ja. Und der ist da in Kreise reingeraten. Ich glaube, die sind gar nicht gut. Und diese Leute, oder ich sage mal eher dieser Mann, der bedroht mich jetzt auch schon und meine kleine Tochter, weil ich mich halt in die ganze Sache eingegangen habe. Was sind das denn für Kreise oder was ist das für ein Mann? Ähm, dieser Mann ist, ähm, naja, er ist 70 Jahre alt. 70 Jahre alt? Er ist 70 Jahre alt und er nutzt halt die Alkoholsucht meines Bruders für sich aus. Inwiefern macht er das? Ähm, er benutzt meinen Bruder als, ja, als Sexpartner, als, was weiß ich, als einen Sexsklaven oder sonst was hält er den sich da. Und, ähm, das fing ja schon an, als mein Bruder 16, 17 war, da hat er schon was mit ihm angefangen. Und, ähm, naja, auf jeden Fall, da gehen auch noch andere junge Leute ein und aus, sehr junge Leute, 12, 13-Jährige. 12, 13-Jährige? Ja, also, ähm, es ist wirklich, ich kann es nicht anders beschreiben, ich möchte jetzt nicht zu krasse Ausdrücke verwenden, aber in meinen Augen ist dieser Mann ein Kinderschänder. Und, ähm, naja, er hat zuerst mal auch gut Freund gemacht, gut Freund der Familie, auch als ich letztes Jahr so schwer krank war und so, da hat er mich dann auch ins Krankenhaus gefahren und alles Mögliche. Aber ich habe auch direkt gemerkt, da stimmt was nicht bei den Menschen. Und, ähm, sag mal, dein Bruder ist alkoholkrank. Ja, aber schwer. Er ist jetzt schon in, er lag auch schon ein paar Wochen auf der Intensivstation, äh, er wäre fast ins Koma gefallen und hatte ein paar Mal einen Herzstillstand, muss reanimiert werden, ähm, weil er halt so viel getrunken hat. Und das macht sein ganzer Körper jetzt nicht mehr mit. Und dieser Mann, äh, dieser ältere Herr, ähm, unterstützt er deinen Bruder finanziell auch? Äh, er unterstützt ihn, indem er ihm Alkohol gibt. Mhm. Also mein Bruder, der ist, der ist so oft in Alkohol fixiert, er denkt, eh, das Leben hat keinen Sinn mehr, weil mein Vater ist sehr früh gestorben und das war für meinen Bruder ein Schock. Und mein Vater war auch älter und er wäre jetzt in dem Alter gewesen, in dem Alter halt jetzt dieser Mann ist. Ist, äh, ist denn sicher, dass es eine sexuelle Verbindung zwischen den beiden auch gibt? Ja. 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 Hat dein Bruder dir das gesagt? Ja. Ist dein Bruder schwul? Äh, ja, so wie er das sagt. Äh, äh, oder ist das nur bezogen auf, 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 auf diese Verbindung zu dem, zu dem Mann? Ich weiß es nicht, ob ich glaube, mein Bruder ist, also ist, ist wirklich schwul. Er hat noch nie eine Freundin gehabt und noch nichts und sich auch noch nie sonderlich für Mädchen interessiert. Nun ist er ja 21 Jahre alt, er ist ein, wenn auch junger, aber erwachsener Mann. Ja. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass du auch eingehend, äh, ihm schon, äh, ja, mit ihm geredet hast und, äh, ihm ins Gewissen geredet hast. Ja. Was, was sagt er? Ähm, ihn interessiert das nicht. Ich soll mich zum Teufel scheren, vor allem wenn er getrunken hat, dann hat er mich schon mit dem Baseballschläger gedroht. Mhm. Hat mir gedroht, er wird mir hier unten die Wohnungstür einschlagen und sonst was mit mir machen. Wenn ich mich noch weiter da einmische, es wäre sein Leben. Also ihn interessiert das gar nicht, was du da machst? Nein. Oder was du denkst oder dass du ihm helfen willst auch? Genau, das interessiert mich. Du bist auch ganz sicher, dass dieser, äh, Mann den, äh, deinen Bruder mit Alkohol versorgt? Das weißt du hundertprozentig? Ja, das weiß ich hundertprozentig. Hast du denn, äh, mal Kontakt mit diesem Mann aufgenommen und ihn mal zur Rede gestellt? Ja, ja, hab ich. Und? Und dann ist das ja ganz ein bisschen eskaliert. Das war jetzt so Juni, Juli rum, ich weiß nicht mehr genau. Da war mein Bruder wieder verschwunden für ein paar Tage. Meine Mutter und ich, wir haben nichts von ihm gehört. Und, ähm, dann hab ich gesagt, so jetzt reicht. Dann hat noch ein Freund von mir hier angerufen und meinte, dein Bruder springt nackt hier bei uns am Badesee rum und der ist total betrunken und der, ähm, der Mensch ist auch dabei. Also dieser, ja. Hast du denn dann mit diesem Mann mal persönlich unter vier Augen geredet? Genau, dann sind wir halt dahin gefahren, zuerst mal zum Badesee, da war aber keiner mehr. Dann sind wir in den Wohnort gefahren, wo der Mann wohnt. Und dann haben wir meinen Bruder und ihn auch auf der Straße angetroffen, ein paar Meter vor seinem Haus. Wie äußert sich denn der Mann dir gegenüber? Was sagt er, wenn du ihn kritisierst und wenn du ihm Vorwürfe machst? Ja, er hat zuerst mal alles abgestritten. Ich soll mich doch auch um meine eigenen Dinge kümmern. Und dann hab ich ihm aus lauter Wut halt erzählt, dass ich weiß, dass noch jüngere Personen bei ihm ein- und ausgehen. Und dass ich, ja, dass ich halt auch schon mit anderen Leuten gesprochen hab. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen und so. Und... Wie hast du da auf diesen... Darauf reagiert, dass du das weißt, dass da eventuell sehr junge Kinder, also Jugendliche da in einem ausgehen? Ja, ich hab am nächsten Tag dann einen Anruf gekriegt und das war wohl das Heftigste. Und das war ungefähr so, wenn du dich weiter einmischst in unsere Angelegenheiten sozusagen, das war aber jetzt nicht der Mann, der da angerufen hat, das war eine andere männliche Stimme. Dann wirst du nicht mehr sehr viel Freude an deinem Kind haben. Du hast diesem älteren Mann das ja auch ins Gesicht gesagt, ne? Ja. Beschreib mir seine spontane Reaktion darauf. Der war eiskalt. Der war... Der hat mich angeguckt. Also die Augen, die waren stahl. So, ob er mich jetzt... Also Eva, wenn... Ich meine, das ist natürlich ein schwerwiegender Vorwurf, den du äußerst. Ja. Ähm, wenn da auch nur annähernd etwas dran sein sollte, bist du verpflichtet, die Polizei zu benachrichtigen. Aber so schnell wie möglich. Ja. Vielleicht hoffen wir, dass dieses dann auch eine Konsequenz, vielleicht eine positive Konsequenz für deinen Bruder hat. Vielleicht ist dein Bruder, wenn auch 21, in vollkommener Abhängigkeit von und zu diesem Mann. Vielleicht eben auch ganz junge Jungs von 12, 13, wie du sagst. Genau, ja. Ja, also ich habe auch schon mit meiner Mutter darüber gesprochen, ob wir die Polizei rufen. Also wenn ein solcher Verdacht besteht. Ja. Und da muss man aber nun wirklich auch sicher sein, dass man da recht hat. Ja. Weil wir hatten ja auch schon so Fälle, wo man auch Menschen damit kaputt machen kann. Wenn der Verdacht begründet besteht, ist man verpflichtet, finde ich, das zu machen. Da darf man nicht wegschauen. Ja. Überleg mal mit deiner Mutter zusammen und gegebenenfalls wendet euch an die nächste Polizeistelle eurer Umgebung und redet mit den Beantworten. Ja. Ich denke schon, dass ich das jetzt machen werde. Ja. Also im Moment ist mein Bruder, wie gesagt, wieder weg. Seit zwei Tagen ist er wieder spurlos verschwunden. Also so kann es auf keinen Fall weitergehen. Also unternehmt was. Ja. Wenn es begründet ist, was du vermutest. Ja? Ja. Alles Gute. Ja, Dankeschön. Auf Wiedersehen, Eva. Wiederhören. Jetzt begrüße ich herzlich den 24-jährigen Daniel. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Daniel. Hallo Daniel. Und zwar, ich weiß jetzt, ob das jetzt ein Problem ist oder nicht. Egal, red einfach mal. Ich bin verheiratet. Ja. Und habe jetzt in der letzten Zeit für mich herausgefunden, dass ich schwul bin. Wie lange bist du verheiratet schon, Daniel? Fünf Jahre. Fünf Jahre, früher geheiratet. Ja. Mit 19. Wir haben drei Kinder. Wie hast du denn das jetzt für dich bemerkt, dass du auch schwule Neigungen hast oder vielleicht sogar ganz schwul bist? Ja, also wenn ich jetzt im Nachhinein denke, dann hast du ja schon meine Jugend zu Hause gestellt. Denke ich für mich aber auch wieder verdrängt und komischerweise, seit ich es gehalten habe. Habe meiner Frau auch erzählt mal, dass sie die sind, um ein bisschen voranzutasten. Und da habe ich wohl Verständnis bekommen von ihr. Ja, und dann habe ich schon einmal eine Erfahrung gemacht. Ach, du hast jetzt während der Ehe Kontakt zu Männern aufgenommen? Nicht aufgenommen. Ich hatte mal so ein Sexkino besucht. Sexkinos besucht? Ja, einmal. So Gaykinos, schwulische. Und da ist dann auch was gelaufen in den Kinos? Einmal, ja. Einmal. Aber jetzt in der ganzen Ehe nur einmal ist sowas passiert? Ja, genau. Das Problem, das wäre, also ich habe vor ein paar Tagen noch mit meiner Frau gesprochen, weil ich, also mein richtiges, eigentliches Coming-out, sage ich mal, habe ich eigentlich vor ein paar Monaten eigentlich erst richtig gehabt, dass ich geguckt habe und sage, ich bin schwul, ohne mich zu schämen oder so. Folgendes, meine Frau hat mir dann offenbart, dass sie lesbisch ist. Also, dass sie das auch verdrängt hat und schon seit einer Zeit. Das ist ja absurd. Absurd und irgendwie vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Glaubst du ihr das oder ist das jetzt irgendwie eine nicht so durchsichtige Reaktion auf dich? Glaubst du ihr das? Ich glaube ja schon. Ja. Also, sie ist auch da eigentlich so zugänglich. Sie verdrängt das. So, jetzt ist... Ich meine, Daniel, was Besseres kann dir ja eigentlich fast gar nicht passieren. Das heißt, deine Frau möchte eigentlich andere, eigene sexuelle Wege gehen und du auch. Ja. Jetzt habt ihr aber eine Familie, ihr habt drei Kinder, sagst du. Das ist das Problem. Also, was ich eigentlich fragen wollte, wie wir jetzt miteinander umgehen sollten oder überhaupt mit der ganzen Situation werden. Wie versteht ihr euch denn, ihr beiden? Ja. Wie soll ich sagen? Ja. Ist es so okay oder streitet ihr viel oder... Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also, auch im Bett seit einem halben Jahr läuft es auch nicht so groß eigentlich so. Ich dachte immer, das kommt von mir aus. Aber so im Nachhinein, so bei Gesprächen, ist es auch von mir aus so. Nein, ich habe gerade so ein Gedanke im Kopf. Ich meine, ihr könntet euch ja jetzt einfach so arrangieren, dass ihr sagt, wir haben Verantwortung zu tragen, wir haben drei Kinder. Wir bilden einfach jetzt so eine, quasi eine WG, eine Wohngemeinschaft. Und wir beide, du und deine Frau, ihr verkehrt so auf der Ebene gute Freunde. Und jeder geht wirklich, wie ich gerade sagte, sexuell seine eigenen Wege und macht erstmal seine Erfahrungen. Zumindest für die nächste Zeit. Was dann in zwei, vier, fünf Jahren sein wird, wenn du dich vielleicht neu verliebst oder sie, das ist erstmal dahingestellt. Aber für die nächste Zeit könnte man das doch ganz genauso machen. Wärst du denn auch tolerant, wenn deine Frau mal alleine auf die Rolle, weiß ich, in die Lesbenszene geht? Wäre das okay für dich? Ja, umgekehrt ist es ja genauso. Ich bin ein Kumpel, letzte Woche auch auf einer schwulen Fete gewesen. Und von dir aus ist es in Ordnung. Also ich finde die Situation sogar eigentlich noch Glück im Unglück, sozusagen. Wenn deine Frau jetzt nicht, wenn sich das bei ihr nicht auch so ergeben hätte und sie jetzt noch wahnsinnig in dich verliebt wäre und gekränkt und großes Drama, das wäre viel schlimmer. Aber so kann man doch vielleicht versuchen, wirklich gemeinsam so auf der Basis von guter Freundschaft zusammenzuleben erstmal. Ja, aber sie ist jetzt schon ziemlich verklemmt, aber ich glaube, sie braucht noch ihre Zeit. Na gut. Also sie ist gerade an dem Punkt, wo sie dann mir als erste Person antworten kann, dass sie schon so länger lesbisch ist, nur als immer verdrängt hat und dann Familie und dies und das. Aber immerhin, Daniel, ihr redet darüber oft und das ist ja auch schon noch viel wert. Und ihr habt es auf den Tisch gelegt. Und ohne euch gegenseitig die Augen auszukratzen, das ist doch alles schon mal positiv und gut. Ja. Also ich finde es gar nicht so problematisch, die Beziehung, den Fall im Moment. Ja, das ist schon... Bleibt doch einfach wirklich so als Familie erstmal zusammen. Betreut eure drei Kinder. Das ist auch schön für die Kinder, wenn sie mit Mutter und Vater zusammen aufwachsen können. Macht klartisch und sagt, komm, wir machen jetzt keinen Sex mehr miteinander, ist nicht unser Ding. Und ich gehe ab und zu mal auf die Rolle, du gehst auf die Rolle. Und dann sehen wir weiter. Ja, nur das Problem ist, was ist, wenn einer von beiden sich dann verliebt zum Beispiel. Gut, das ist das nächste große Problem. Aber wir müssen jetzt erstmal eins nach dem anderen lösen. Ja, denke ich auch. Das kann man dann ja sehen. Vielleicht kann man da... Da gibt es vielleicht auch noch ein Modell, wie man das dann gemeinsam hinkriegt. Ihr müsst eben auch an die drei Kinder denken. Nicht nur an die Erfüllung eurer Wünsche und eurer Sexualität, sondern ihr habt Verantwortung. Dann nochmal eine kleine Frage. Ich kann mich ausgruppen, ich hatte mich da jetzt angemeldet. Bringt das eigentlich jetzt so viel was oder wie habe ich das für vorzustellen? Also ich finde, dass du schon ziemlich weit bist dafür, dass du das alles im Prinzip rein theoretisch so gelöst hast. Du hattest nur einmal einen Kontakt in den letzten Jahren. Ja, weiß ich nicht. Geh mal hin, guck mal, ob es dir was bringt und dann kannst du es ja auch wieder sein lassen. Ich glaube, es wird dir nicht viel bringen. Aber das ist jetzt nur so eine subjektive Einschätzung. Brauchst du da irgendwie Adressen oder sowas? Nee, das habe ich schon. Das hast du schon. Geh mal hin, guck dir mal die Jungs an und dann kannst du ja selbst entscheiden. Ja. Also schaden kannst du dir bestimmt nicht. Okay. Gut, Daniel. Ja, besten Dank. Also dir und der Familie auch, alles Gute. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Claudia ist da und Claudia ist 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Claudia. Glasklar ist sie in der Leitung. Ja. Mein Thema ist Seelenmord. Seelenmord? Mhm. Was meinst du damit? Ich bin mit elf Jahren von meinem Bruder sexuell missbraucht worden, über längere Zeit hinweg. Mit elf Jahren? Wie lange ging das? Ich war 14. Drei Jahre. Mhm. Und wie oft ist das passiert? Unterschiedlich. Manchmal einmal in der Woche, manchmal zweimal, manchmal auch öfter. Mhm. Wie alt, wie viel älter ist dein Bruder? Knapp sechs Jahre älter. Knapp sechs Jahre. Da war er damals schon knapp 20, ne? Mhm. Ja. Was ist denn bei euch zu Hause passiert, in eurem Haus, in eurer Wohnung? Ja, das war alles sehr kompliziert. Also meine Eltern, die waren sehr mit sich beschäftigt. Und sie haben ein Haus gebaut. Ja, und da waren sie einfach damit beschäftigt. Und ja, für Kinder blieb da wenig übrig. Seid ihr die beiden einzigen Kinder? Nein, ich habe noch drei andere Geschwister. Noch drei andere Geschwister. Mhm. Es hat niemand etwas in den drei Jahren mitgekriegt? Nein. Keiner? Es ist in deinem Zimmer immer passiert, in seinem Zimmer? Mhm. In seinem und in meinem. Mhm. Und er hat dich zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja, nicht nur. Sondern, was noch? Ja, er hat mich halt auch mit anderen Sachen attackiert. Mhm. Hast du Angst vor ihm auch gehabt? Ja, wahnsinnig. Hattest du nie die Überlegung, es deiner Mutter vielleicht auch anzuvertrauen? Doch, ich wollte ihr das sagen. Aber, ja, also ich wollte da zu ihr hingehen. Und meine Mutter hat da gerade Fenster geschaut. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, gut, fragst du jetzt mal. Und dann habe ich so angefangen, Mama, ich habe da irgendwie ein Problem, muss mit dir darüber reden. Und dann meinte sie, ja, ich soll weggehen und möchte doch gerne einen Film, also zu Ende schauen. Und da warst du wahrscheinlich schon so schockiert, dass du gar keinen neuen Anlauf mehr unternommen hast? Nee, habe ich nie wieder dann getan. Du bist heute 19 Jahre alt. Ja. Hast du, wissen die Eltern heute Bescheid, was da passiert ist? Ja. Wann hast du es Ihnen erzählt? Also ich habe es Ihnen eigentlich gar nicht erzählt. Ja, weil ich eine Anzeige gemacht habe über das Jugendamt, das ist dann erfahren und über die Polizei. Wie alt warst du, als du die Anzeige gemacht hast? Ich war, glaube ich, 16. Und wie haben die dann reagiert, als sie das über die Polizei erfahren haben, dass ihr Sohn die eigene Tochter missbraucht hat oder haben soll? Ja, das war ja so. Ich habe dann mit meinem 16. Lebensjahr habe ich auch bei Pflegefamilie gelebt. Du bist dann aus der Familie raus? Ja, mein Bruder hat mich versucht umzubringen und dann bin ich dann geflüchtet. Ach, das kommt dann auch noch dazu. Ja. Warum hat er dich versucht umzubringen? Ja, mein Bruder ist ab und zu mal durchgedreht. Haben denn das wenigstens deine Eltern mitbekommen? Nein, die waren da nicht da. Ach, nein. Dann bist du abgehauen von zu Hause. Ja, zum Therapeuten, was da auch schon lief. Und er hat mir dann geholfen, eine Pflegefamilie zu finden. Und deine Eltern waren da auch noch nicht wachgerüttelt, als du in eine Pflegefamilie gegangen bist? Nein, ich habe dann bei meinem Therapeuten, seiner Arztläferin, übernachtet am Tag, weil kein Frauenhaus mehr offen hatte und zumindest wir keins erreicht haben. Und dann haben wir dann angerufen, meine Eltern zu beruhigen, dass ich untergebracht bin und dass ich nicht kommen werde. Und dann, ja, der Arztläferin war dann dran. Und die hat dann gemeint, dass meine Eltern gesagt hätten, ja, die wird sich schon wieder beruhigen. Und wenn sie sich beruhigt hat, kommt sie wieder her. Achso, die haben gar nicht gefragt, warum, was ist los, was ist geschehen? Gar nicht. So, dann haben die es durch die Behörde erfahren. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, die haben das durch die Behörden erfahren. Und, ja, eigentlich ging das gar nicht weiter mit ihnen. Also ich habe mit ihnen da überhaupt nicht drüber gesprochen. Aber die Anzeige lief dann? Die Anzeige lief, ja. Ist es zu einer Gerichtsverhandlung gekommen? Ja, die war dieses Jahr Januar und der hat auch zwei Jahre und drei Monate bekommen. Ja, ich muss schon ein Witz, ja. Ja, und er hat aber Berufung eingelegt. Also ich habe vorgestern Bescheid bekommen, dass ich im November nochmal einen Gerichtstermin habe. Hat er es abgestritten? Ja, da saß ein Gericht drin, hat gelacht und hat gemeint, es war er nicht. Da hast du ihn im Gericht, was jetzt noch gar nicht lange her ist, zum ersten Mal gesehen nach den Jahren? Ja. Was sicherlich auch sehr schlimm für dich war, oder? Ja, das war schlimm, obwohl er auch ausgeschlossen wurde bei meiner Vernehmung. Ja, aber ich habe ihn dann in den Kaffee wieder getroffen. Also ich habe mich in den Kaffee gesetzt, wie ich fertig war. Und ja, bin meine Kundenfreundin und dann war er dann drin mit seinem Rechtsanwalt. Dann hat er mich angegrinst und dann bin ich dann auch wieder gegangen. Aber der Richter hat ihn für schuldig befunden. Ja. Und er legt jetzt Berufung ein. Du hast gerade so ein dramatisch drastisches Wort genannt, Seelenmord. Hast du den Eindruck, dass dein Bruder deine Seele ermordet hat? Ja. Also ich denke, ich quäle mich damit auch. Ich habe immer diesen Gedanken, ich möchte nicht mehr leben. Für was lebe ich? Ja. Du hast drei Jahre deiner Jugend als Immatyrium empfunden. Ja. In ständiger Angst und in ständiger großer Abscheu und größtem Ekel. Naja, das hat auch keiner gemerkt. Also ich konnte das ganz gut geheim halten. Es ist immerhin erstaunlich und bewundernswert, dass du ihn angezeigt hast. Und dass du dieses auch noch wieder auf dich genommen hast. Davor scheuen ja viele Frauen und Mädchen zurück. Ja, wir haben es auch, das Jugendamt hatten auch abgeraden davon, dass sie noch nicht so weit wäre. Ja, meine Therapeutin hat mir dann auch abgeraden und gemeint, ich soll noch ein bisschen warten. Ja, ich habe halt so viele Albträume gehabt und auch von anderen Kindern geträumt und von meiner Schwester, von meiner Kleinen. Dass ich, ja, einen Trank gehabt habe, um das zu tun, um andere Leute zu schützen. Meinst du, dass da auch noch was passiert ist mit deiner kleinen Schwester? Ja, die hat es mir erzählt. Sie hat es dir erzählt? Mhm. Wie verhalten deine Eltern sich denn dir gegenüber heute? Stehen sie etwa auf der Seite des Sohnes? Ja, das ist, die sagen zu mir, sie stehen auf meiner Seite, aber sie stehen eigentlich im Grunde genommen auf meiner Seite. Ja, und ich bin jetzt dann auch 400 Kilometer weggezogen. Das heißt, eigentlich glauben sie dir nicht? Nee, eigentlich glauben sie mir nicht. Und sie unterstellen dir, dass du die Familie kaputt machen willst und dem Bruder auch Übles antun möchtest? Ja. Mhm. Ja, die haben schon immer gesagt, also auch in der, ja, in der Vernehmung, die wohl schriftlich niedergelegt wurde, wo ich dann dann auch anschließend gelesen habe, haben sie gemeint, dass ich immer schon gut Schauspieler konnte. Jetzt hast du das Urteil gehört, zwei Jahre und neun Monate. Ja. Was hast du dabei empfunden? Trauer. Ich habe mir gedacht, bin ich so wenig wert. Wenn überhaupt es ein angemessenes Urteil gäbe, wahrscheinlich bist du so verletzt, dass man fast schon sagt, das kann man gar nicht bestrafen. Dennoch, was hättest du für ein Strafmaß für einigermaßen in Ordnung gehalten? Ja, sechs Jahre mit Psychiatrie. Also, dass er auch ihm bewusst wird, was er mir und nicht nur mir angetan hat, auch anderen und anderen meiner kleinen Schwester. Und jetzt geht die Tortur weiter. Es gibt wieder eine Gerichtsverhandlung. Ja. Du musst wieder vor Gericht, du musst wieder aussagen. Und wer weiß, wer weiß, wie es kommt, könnte auch dieses Urteil revidiert werden. Ja, könnte. Was tust du für dich, Claudia? Du hast gerade gesagt, dass du eine Therapeutin hast. Ja, also ich war jetzt auch in der Klinik, 16 Wochen lang und bin jetzt auch umgezogen, also 400 Kilometer von meinem Elternhaus entfernt. Ja, Neustadt, neuer Ort. Also, ganz neu angefangen. Ich habe zwar jetzt eine Therapeutin gehabt und, ja, da ich so viel Selbstmordgedanken gehabt habe und ich ihr das auch erzählt habe, kann sie die Verantwortung nicht mehr dafür übernehmen. Deswegen kann ich auch nicht mehr zu ihr gehen. Das heißt, du bist ohne therapeutische Begleitung im Moment? Ja. Das ist so, dass sie dann die Verantwortung nicht mehr übernimmt und dich alleine lässt? Ähm, ja, sie hat mir angeboten, nochmal in die Klinik zu gehen. Mhm. Ist es so schlimm im Moment, dass du wirklich daran denkst, dich umzubringen? Also, ich denke jeden Tag dran. Mhm. Und ich habe jetzt mir eine kleine Katze geholt und sie bringt mich ein bisschen von den Gedanken. Claudia, ich habe hier in dieser Sendung, ich mache das jetzt fünf Jahre, diese Telefontalkshow, und habe einige Male mit Mädchen und mit Frauen gesprochen, die wirklich ein ähnliches Schicksal hatten, wie du es hast. Mhm. Ähm, die waren teilweise auch ein bisschen älter und haben mir auch von ihrer Hölle erzählt, in der sie waren, in der du im Moment noch bist. Und die haben mir auch erzählt, dass es immer wieder Phasen gab, wo sie sagten, wo sie dachten, ich kann nicht mehr, ich schmeiße hin, ich will nicht mehr leben. Und ich sage dir das wirklich in aller Ehrlichkeit, alle, absolut alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, die älter waren, ich bin so froh, dass ich die Kraft hatte, es durchzuhalten, weil ich es geschafft habe. Ich habe es geschafft, in einer ganz bestimmten Weise dieses zu den Akten zu legen. Verarbeiten letztendlich werde ich es nie können, aber ich habe es geschafft, wieder Freude in mein Leben zu bringen. Das kann ich dir jetzt nur so wiedergeben und das mit der großen Hoffnung verbinden, dass dir das auch gelingt. Ich hoffe ja im Moment gar nichts mehr, ich kann mich überhaupt nichts mehr freuen. Ja, du hast deine kleine Katze zum Beispiel. Ja, das ist das Einzige. Ja, das ist ja auch schon mal so ein ganz kleines Pünktchen, ein ganz kleines Zipfelchen. Und du bist so jung, du bist 19 Jahre erst. Es, ich bin fast 99,9, fast 100 Prozent sicher, Claudia. Du hast jetzt schon so viel durchgestanden und durchgemacht und scheinst wirklich sehr tapfer gewesen zu sein. Du musst die jetzt folgende Zeit auch noch schaffen. Vielleicht wird es gar nicht mehr so lang sein. Und irgendwann wird ein Hoffnungsschimmer auch in deinem Leben auftauchen. Und du wieder etwas Freude erleben kannst und Freude erfahren kannst. Vielleicht sogar irgendeine Liebe. Das geht nicht. Sag es nicht so, sag es nicht so. Vielleicht kommst du in Kontakt mit einem sehr guten Therapeuten, der dir noch eingehender helfen kann. Ja, ich hoffe. Ich bin jetzt im Bedrängnis, weil die Sendung gleich aufhört. Aber ich möchte unbedingt, dass du mit meiner Psychologin, mit der Annette, gleich noch ein paar Worte redest. Ist das in Ordnung? Okay. Sag nicht mal auf und die Annette ruft dich gleich an. Okay. Von Herzen alles Gute, Claudia. Darf ich noch ganz kurz Grüße ausrichten? Ja, mach ganz schnell. Ja, ich möchte meine allerbeste Freundin grüßen. Judith, wo mich auch in einer schweren Zeit auch unterstützt. Okay. Ja. Alles Gute, Claudia. Danke. Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben. Jetzt schaffe ich es nicht mehr, euch zu sagen, wer mein Team war. Ich kann euch nur noch sagen, dass wir Montag nicht im Fernsehen sind. Aber dafür dann wieder Dienstag mit dem Thema Helden und Lebensretter. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Dienstag beziehungsweise Montag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.